Willkommen in unserer Schule. Dürfen wir dich durchs Haus führen? Bei uns ist immer viel los. Psst, wir schreiben meine Geschichte. Oh, wir sind schon mittendrin. Ja, wir haben heute Stationen betrieben. Der Tar duftet ist aber herrlich. Gehen wir der Nase mal. Wir lernen einen neuen Buchstaben. Das V ist dran. Zu den Buchstaben backen wir oft. Vielleicht machen wir den Teich schon selbst. Und bauen einfach auf. Ja, so ein Buchstaben-Tag schmeckt wirklich gut. Da kriegt jeder etwas Gebackenes. Jetzt aber hinaus in unseren schönen Schulhof. Hier verbringen wir jeden Tag unsere Pause. Und auch am Nachmittag haben wir in jedememann Spaß. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wir unterstützen uns auf der Plattour. Wow, das war's. Wir unterstützen uns auf der Plattour. Wir wollen immer wieder unterstützen echte Profis unseren Sportunterricht. Heute steht Tunnel mit Bernhard. Da geht's rum! Bergen findet bei uns oft in London Nachmittagsbetreuung statt. Schauen wir mal hinein. Es ist schön, dass wir uns da sind. Ich fühle auch immer wieder Musik atieren. Mit diesen Klägen wollen wir uns verabschieden und hoffen, dass wir einen guten Einblick in unser Schulleben geben konnten.